Jetzt, Jack! Jack? Jack? Setz doch die Waffe ein! Ich weiß nicht, wie man sie benutzt! Was? Es gibt eine Initiierungssequenz und ich kenne sie nicht! Vielleicht kann ich es versuchen? Ähm, okay. Ashi, fang! Was ist los? Ich krieg sie nicht aktiviert! Ashi, du bist nackt! Und? Also, ich meine, du weißt schon, Männer und Frauen sind unterschiedlich und intime Dinge sind persönlich. Ich verstehe kein Wort davon! Jack, was machst du da? Äh, du brauchst Schutz vor dieser Kreatur! Und deine Robe wird mich beschützen? Es ist ein Yi und ja! Du verhältst dich seltsam! Ich seltsam? Ich? Okay! Okay! Was hast du vor? Das ist der einzige Weg. Ich muss es versuchen. Gib mir Deckung, solange du kannst! Ich kann sie nicht länger aufhalten! Ich teethife! Sequenz initiiert! Ah-ah-ah! Ach! Das war's für heute.